machen wir uns noch einmal kurz bewusst um was es beim machine learning geht auf grundlage einer datenbasis werden mathematische modelle trainiert die dann eigenständig vorhersagen treffen und hier erkennst du worauf das ganze fußt auf den daten stell dir mal vor du möchtest ein modell zur gruppierung deiner kunden in segmente trainieren aber jetzt fehlen dir die daten hinzu und damit ist die reise auch schon zu ende bevor sie begonnen hat die daten die in aufbereiteter form dem modell zur verfügung gestellt werden die fallen ja auch nicht einfach so vom himmel und hier fällt immer wieder ein schlüsselbegriff und zwar data engineering wenn ich data engineering in einem satz beschreiben müsste würde ich sagen ein data engineer bewegt daten von a nach b das ist natürlich absolut unvollständig aber man hat zumindest mal ein grobes bild daten müssen irgendwie zu uns transportiert werden und zwar über datenstrecken die man data pipelines nennt schauen wir uns doch mal zusammen an wie sowas aussehen kann bleiben wir mal bei unserem beispiel du hast die aufgabe für eine social media kampagne ein modell zu trainieren welches kunden in verschiedene gruppen sogenannte segmente für den kauf einer bestimmten topflanze unterteilt sagen wir mal du brauchst drei gruppen die mit der kleinen kaufkraft die mit der mittleren kaufkraft oder die mit der großen kaufkraft und dieses wissen ist wichtig für die ausspielung von werbung werbung kostet geld und nur bei den dicken fischen lohnt sich auch viel werbung an diese kundendaten müssen wir natürlich jetzt erstmal rankommen und wie könnte jetzt so eine daten pipeline hierfür aussehen und jetzt müssen wir mehrere schritte durchlaufen die sozusagen diese pipeline bilden schritt eins ist immer die data ingestion zunächst einmal müssen wir daten über diese kunden sammeln und die quellen hierfür können ganz unterschiedlich sein das können datenbanken sein das kann eine api sein das könnte ein kafka cluster sein was auch immer hier unterscheidet man zwischen batchweisen import und realtime import beim ersten beim batchweisen import kommt ein gesammelter haufen an daten um eine bestimmte uhrzeit oder wenn der haufen groß genug ist einfach so in einem schwung herein beim zweiten beim realtime import werden daten nicht um eine bestimmte zeit importiert sondern es kommt ein kontinuierlicher strom an daten rein ein beispiel hierfür ist ein sensor der zum beispiel dauerhaft daten überträgt jetzt kommt der zweite schritt die data transformation da die daten aus verschiedenen quellen kommen können haben sie vielleicht verschiedene formate wir wollen sie aber jetzt in ein einheitliches format bringen und da gibt es aber nicht diesen einen weg denn daten sind so vielfältig wie wir menschen selbst und deshalb brauchst immer deinen individuellen ansatz vielleicht hast du aber auch unsäubere daten die musst du reinigen mit data cleansing oder du musst daten zusammenführen das spricht man von aggregation und das alles diese ganzen schritte die passieren im transformationsschritt der nächste schritt da geht es um das data warehouse damit die daten die wir uns jetzt mühsam transformiert haben nicht einfach verpuffen wollen wir diese auch abspeichern hierfür nutzt man meistens data warehouses diese kannst du dir vorstellen wie eine super große datenbank die auch historische daten erfassen kann und diese data warehouses sind darauf optimiert anfragen blitzschnell zu beantworten und petabyte an daten zu durchsuchen gutes beispiel hierfür ist big query aus der google cloud und insgesamt diesen prozess nennt man auch etl bzw das bauen einer etl pipeline das ist die abkürzung für extract transform load etl ein tool was man hier oft benutzt ist apache airflow hierfür kann man diese data pipelines im großen stil anlegen diese zum beispiel täglich wöchentlich jede stunde automatisch ausführen lassen und diese pipelines auch parallel ausführen lassen da die daten nun jetzt vorhanden sind können wir jetzt eigentlich direkt schon loslegen mit dem training unserer machine learning modelle aber ein luxus wollen wir uns noch gönnen und man sollte das auch immer machen wenn man die möglichkeit dazu hat nämlich das visualisieren deiner daten hierfür oder hierbei bekommt man einen sehr guten eindruck von den daten indem man diese in verschiedenen dashboards plottet hier kann man dann vielleicht auch schon mal mit dem bloßen auge anomalien oder outlayer erkennen gute beispiele hierfür sind tableau oder wenn es eine open source lösung sein darf gerne grafana das sind beides sehr gute ansätze um deine daten zu visualisieren